Stefan, Stefan, ich, der Dai und die Tanja. Zeigen wir darum, dass wir alle auf dem Bild haben. Wir sind jetzt schon seit geschlagenen 2 Stunden 53 Minuten unterwegs. Wir suchen immer noch die Ortschaft. Wie gesagt, 2 Stunden 53, jetzt haben wir noch 5 Minuten bis zu unserem Ziel. Wir freuen uns auf eine geile Party. Wir sind die deutschsten Fans, wir fahren überall noch. Hey, Entschuldigung, die Arbeit war ja. Wie kommen wir da noch? Seventation? Äh... Ja, da muss man ja... Rest ist. Da ist so ein Weg durch, also ein Bauernweg. Also einfach rechts und dann ist man so hoch und dann kühlt, dann durchlaufen und dann sieht man es schon. Also wir sind jetzt auf dem Konzertprogramm. Der DJ legt jetzt gerade erst noch auf. Und jetzt warten wir noch, bevor man aufhört. Wir haben in der Halle einen Raube da. Sehr schlecht. Kann ich mal die Halle zeigen? Ja, das ist ein Bauernhof, ohne Scheiss. Das ist wirklich ohne Scheiss ein Bauernhof. Ohne Wicht. Also jetzt zeigst du dir. Da kommen jetzt die anderen zwei Kinder. Die Kinder. Und... Wir machen heute ein bisschen. Das ist ein fette Party. Ein fette Party. Ein fette Party, ja. Sie sind in R6. Die Kinder. Die Kinder. In der Mitte. семьte Party. Fett anら... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020